Für die Wertungsrichter gibt es vier Wertungsgebiete. Takt und Grundrhythmus, Charakteristik der Tänze, Technik und der Ausdruck. Gefühlvollen Ausdruck verlangt die Rumba. Seit 1932 gehört sie in Deutschland zu den Turniertänzen. Paul Killick und Inga Haas, er stammt aus England, sie aus Köln, sie leben und trainieren in London. You and me and us She calls out to the man He can see she's been crying She's got Mr. SummerSong's off of you She can walk when she's crying Look, think twice Cause it's another day for you to be in paradise Look, think twice Cause it's another day for you You and me in paradise Die Wertung